Helmut Jungwirth, Professor für Wissenschaftskommunikation und Ensemble-Mitglied der ScienceBusters. Seit 2015 bist du Teil des Wissenschaftskabarets ScienceBusters. Wie kam es dazu? Also im Frühjahr 2015 hat mir Martin Bundiger mein E-Mail geschickt und wir haben uns dann getroffen und gleich gut verstanden und ich bin dann im November 2015 das erste Mal mit den ScienceBusters aufgetreten. Es war ein Heimspiel im Orpheum, das erste Mal vor 700 Menschen. Ich bin immer ein bisschen geflasht, wenn ich zurückdenke. Es gibt auch ein Foto und was man auf dem Foto nicht sieht ist, wie nass ich hinten im Kreuz war, weil ich so viel Angst gehabt habe. Im Brotberuf bist du der erste Professor für Wissenschaftskommunikation in Österreich. Was würdest du sagen, wie unterscheiden sich eigentlich die beiden Jobs voneinander? Also die ScienceBusters behaupten ja, dass ich nur deshalb Professor für Wissenschaftskommunikation bin, weil sie ein gutes Wort für mich eingelegt haben, was natürlich nicht stimmt. Ich finde, das ist eine perfekte Kombination, das ergänzt sich sehr gut. Wir machen ja beiden Wissenschaftskommunikation und für mich sind die ScienceBusters so ein bisschen eine Spielwiese, wo ich das ausprobieren kann, was ich dann auch auf der Uni oder bei den Lehrveranstaltungen umsetzen kann. Was würdest du sagen, was sind die größten Herausforderungen im Kabarett? Eigentlich sind drei große Herausforderungen. Die erste ist, mit Martin Bundigum auf der Bühne zu stehen, der natürlich immer wieder versucht, uns aufs Klauteis zu bringen und er ist seit 30 Jahren Kabarettist, also Profi dabei. Die zweite ist natürlich immer die Nervosität vor jedem Auftritt und das gehört dazu. Und die dritte ist, die wissenschaftlichen Themen so herunterzubrechen, dass sie einfach und verständlich sind, aber dass wir natürlich nach der Show auch ein Gespräch haben. Das heißt, wir wollen ja auch, dass das Publikum zu uns kommt und uns Fragen stellt, die wir dann hoffentlich auch gut beantworten. Du hast in dem Bereich schon einige Erfahrungen gesammelt. Aus deiner Einschätzung, kann man auf Knopfdruck lustig sein? Nein. Also ich kann nicht auf Knopfdruck lustig sein. Und bei den Science Busters ist es ganz klar so, dass wir eine Rollenverteilung haben. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen gar nicht lustig sein. Für den Witz ist der Kabarettist zuständig. Und wenn wir unseren Text sehr gut gelernt haben, dann sind wir spontan, dann können wir improvisieren und können natürlich auf die Seitenhiebe von Martin Bundigam antworten und uns auch wehren und dann ist es manchmal ganz lustig. Live erleben kann man die Science Busters beim Alumni Tag am 21. Oktober 2023. Worauf darf sich das Publikum freuen? Also ich bin natürlich mit dabei in drei Funktionen. Erstens als Vorstandsmitglied von Alumni Uni Graz, dann zweitens, weil ich natürlich privat dort bin und meinen Sohn mitnehme und drittens bin ich mit Martin Bundigam auf der Bühne und wir werden dann ein bisschen was vom Forschungsbereich der Uni Graz vorstellen. Was werde ich noch nicht verraten. Aber so ist es eigentlich so in den drei Funktionen. Ich bin beim Programm mit dabei. Ich bespaße mich quasi selber und eigentlich eine perfekte Kombination.